so war eine runde flamenco los ist ein paar mehr jetzt beendet schweinerei und hier mal eine runde ein euro spiele einsatz ein a gibt es und der hat schon wenig drüber da Oh, schwache Nummer. Und hier war 10 Freispiele, 1 Euro Einsatz. Da ist ja schon allerhand Zeug drin, sehr schön. Ah, Verlängerung. Leider nicht. Bleibt dabei. Und mal eine runde Faust. Und gleich eine Verlängerung. Sehr schön. Und gleich eine Verlängerung. Ein paar Muster da schon reinpacken. Eins fehlt. Und noch eine Runde. Jawoll. Das sieht auch schon besser aus. Sehr schön. Ja. 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 Und letztes Beispiel. Ah. Nochmal 3. Ach. Das war doch ja auch nicht mal so schlecht ey. Möchte ich mal sagen. Dann zeig ich mal, was wir haben. Joach. Damit kann wir leben. Ja. Nicht mal so unübel. So, jetzt geht es auch mal los, Jokers Cap Power Spins, jetzt wollen wir mal ein paar Power Spins sehen hier, wie wenn nicht, so, dann sollte schon der erste sein. Oh, mit Kappe, gar nicht so übel, aus 1 mach 6, machen wir, los, Oh, ist auch eine Kappe, jawohl, Ui, das sieht gut aus, ei, 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 das zündet, Oh, du kriegst die Tür nicht zu, Wie geil ist das denn, ho, 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 das wurde ja auch mal Zeit, ey, 23, wollen wir, wollen wir, ich weiß, ich bin irre, aber gut, Ob das die richtige Entscheidung war? Oh, das Ballerkappenrinnen hier, jawohl, Jawohl, Ja, ein bisschen Klingkrimpel, so wiegt das hier, Die Dame wäre natürlich besser gekommen, aber gut, 10 haben wir noch, und schon wieder eine, Ach, der Gaul ist doch nicht drinnen da, Mensch, Ach, der ist auf, Boah, Aha, aber 2 König, Ja, Dame noch, komm, Da macht er, Ja, Tcha, Untertitelung. BR 2018 Ich glaube ein Klingel Plus haben wir. Also richtig, 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 komm, nochmal. Jetzt wollen wir 400 Euro sehen, los. 2 Euro. 2 Euro. 2 Euro. 2 Euro. 3 Euro. 3 Euro. 2 Euro. 2 Euro. hoh 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 das schmeckt Wow, richtig geil. Oh, ist da ein Käppchen. Für ihn hat er das noch nicht ganz. 43. Die nehmen wir erstmal. Da lacht sie denn aus. Das sieht doch freundlich aus. Sehr schön. Ruhig dauernd hinterher. Da hat er die Nase voll. Wir können ja noch ein paar mal drehen. Einer. Einer ist so gut wie keiner. Ja. Nicht gefletzt. Einer ist so gut. Oh, das ist mir immer drin hier. Da ist noch eine. Zu viel Krimskram. Totehü. Das fruchtet nicht. Das fruchtet nicht. Ne, ne, geht noch. Ne, 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 doch. So. So, aufgestockt. Menschen los, noch ein paar Power Spins hier, die vielleicht doch noch mal riskieren sollen den Schwung. Einer. Zwei. Oh, das ist Kappe. Okay, das war nichts. Gut, ich glaube der hat die Nase voll hier, hier strichen. So, dann lassen wir uns den Rest noch schön auszahlen und dann haben wir da wieder alles richtig gemacht. Sehr, sehr hübsch. Und hier packt er uns mal Bücher rein. Okay. 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 die hätte er sicher schon wieder klemmen können hier jungen 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 6 lächerlich dann haben wir hier mal eine runde freispiele 2 oder 1 sehr schön schöne mischung jawohl ja da waren es 30 hammer jawohl noch eine runde das war ja nicht alter 1 2 3 Geil! Geil! Ist ja verrückt! Oh, 70! Mega! Nächste Runde! Oh, Delfin nochmal! Ah, diesmal nicht! Gut, Delfin noch nicht! Aber als ob es den Mech frisch, welches die Dread-Nurve-Nurve-Nurve-Nurve hier ist ja zuerst! Und das hat von Wälder nicht! ... die Dread-Nurve-Nurve-Nurve-Nurve-Nurve-Nurve-Nurve-Nurve-Nurve-Nurve! ... die Dread-Nurve-Nurve-Nurve-Nurve Das ist doch mal eine schöne Runde! Wahnsinn! Richtig geil! Und noch 700, wenn wir Glück haben in Action-Games! Mega! Jawoll! Pfeifen! Körbe! Richtig geil! Richtig geil! Richtig geil! Ich habe Hootsie. 24 bleiben noch stehen in fünf minuten geht es dann weiter sehr sehr schön richtig geil so dann drehen wir mal hier eine runde 1 euro einsatz irgendwie kriegt bei dem spiel immer nur die dame wir nehmen wir gerne fünf nummer zehn sind wir durch mehr gibt es nichts achter dann gibt es mal hier ein ründchen wir gucken ob es noch was gönnt mal klingelte und 1 60 dazu das bleibt bei zarten 27 und wir drehen mal hier ein ründchen 4 euro los geht's hallo sweater daneben auch nicht ja 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 das ist jetzt mal ein vernünftiges bild hier ja 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 naja dann suchen wir mal ein anderes Spiel dann gucken wir doch mal ob wir ein paar Sima bekommen dann kommen wir gleich mal auf 10 Linien 4 Euro da bringt nicht sehr viel dann kommen wir gleich mal auf 10 Linien Ehhh! Ehhhh! 4h00 Ähhh! Falsche Richtung! Zimt sind ja nicht wirklich 80 komm wir wagen kackt Das ist ja eigentlich ein Fall für eine Karte. Soll nicht sein. So, dann machen wir doch glatt nochmal einen Spielwechsel. Dann drehen wir mal hier eine Runde. Vier Euro Einsatz. Ach guck an, guck an. Die Hausteller glatt nach unten. Nu aber. Boom. Jawoll. Uh, geil. Boom. Jawoll. Eieieiei, das war doch schon mal nicht schlecht. Heller mit. Weins. Sehr, sehr schön. Sauber. So, dann gucken wir uns mal hier 12 Freispiele an. Boah, macht bloß nicht auf. Schweinerei hier. Sonderfreie Spiele wünscht man sich doch. Jawoll. Alle 5. Geil. Sehr schön. 400 Flocken. So muss der halt. Na, was tun wir denn da? Schöne Ding. Herzlichen Glück, Orange. Schöne Ding. Wer damit? Und mal einer Wunder. Lord of the Ocean. Ein Euro Einsatz. Und mal einer Wunder. Lord of the Ocean. Ein Euro Einsatz. schon mal drei und für das Spiel Nummer 10 und jetzt ziehen wir uns mal eine Wunder Wild Rock rein los geht's oh komm zeig dich mal ja 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 der lässt uns doch nicht etwa ohne Furcht kaputt gehen ja 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 das war ja dann wohl mal nix ja 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 I'm Monix